Wir sind hier am Marsch der Welt. Ganz weit draußen. Ja und wir fahren jetzt da runter, weil wir verrückt sind. Und das Wetter so schön ist. Das ist Donnersberg im Hintergrund. Die Strecke verraten wir nicht. Weißt du? Es geht aber Richtung Dannenfels. Es kann losgehen. Achtung Baby! Überholt doch! Super glatt. Nicht so steil. Schöne Landschaft. Und dann wird es 10% Stahl hier. Oh mein Gott! Ob ich das überleben mag? Lukas, ich fahre rechts. Luki! Wir setzen uns jetzt hin, weil grunddessen ist schönes Wetter. Da wollen wir nicht im Stehen fahren. Genau. Wir machen jetzt Buttboarding Rennen. Kann man das so filmen? Lukas, der Buttboard-Meister. Was? Hast du die Kontrolle verloren? Hast du die Kontrolle verloren? Ein Tick zu schnell bist du gewesen. Ein Tick zu schnell bist du gewesen.